Diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Wohnung ist ab Januar 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Erkrad. Das Objekt hat einen Personenaufzug. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 61 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 785 Euro pro Monat. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020